Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit dem FC Schalke 04. Yo! Letztes Mal haben wir, also ich warte mal, ich muss kurz überlegen, was haben wir letztes Mal für ein Ergebnis eingeführt haben. Äh, ja, das war nicht so doll. Ja genau, gegen Düsseldorf, stimmt, das war ja noch ein D-Spiel. Ich depp. Ja, ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe, ne? Also, uah. Gut, gegen Düsseldorf 1-1, womit man, ja, leben konnte, habe ich ja schon erzählt, was den Spielverlauf angekommen hat. Und damit leben, was die Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze angeht, konnten wir damit nicht wirklich leben. Wir sind jetzt mittlerweile 5 Punkte hinter Leverkusen und Frankfurt rückt uns mal wieder auf den, mächtig auf den Nacken. Die müssen wir natürlich auch noch spielen. Das Duell, aber das wird noch relativ spät kommen. Das sind dann Duelle hier, Leverkusen-Frankfurt, das sind dann zwei Duelle, die dann am 29. und 30. Spiel auf uns warten werden. Jetzt kommt erstmal der 24. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg zu Hause, ne, in Wolfsburg. Ja, das Hinspiel gewannen wir mit 6 zu 2. Also, ein ganz klares Ergebnis. Wolfsburg ist ja vollkommen unten mit drin. Gucken wir mal hier in die Tabelle rein. Hier oben, jawohl, Wolfsburg ist Tabellenletzter sogar. Werder Bremen auch nur noch vorletzter. Ha, das ist echt ein komischer Abschießkampf da mit den zwei Nordleuchttürmen im Abschießkampf, im Abschießstrudel ganz unten drin. Wolfsburg minus 20, Toreferenz sogar. Ja, ansonsten, was ich mir ansonsten noch für Gedanken gemacht habe, und zwar für einen Torhüter der nächsten Saison. Denn ein Patrick Arkowski wird, denke ich, nächste Saison noch nicht soweit sein, da er eben in dieser Saison bei Luxburg nur auf der Bank sitzt. Deswegen werden wir den nächsten Saison nochmal verleihen. Wahrscheinlich zu einem, ja, noch besseren Zweitligisten oder etwas schlechteren Erstligisten. Mal schauen, wo er auf jeden Fall Stammspieler sein wird. Das steht, also, da werde ich schon selbst für sorgen, da werde ich gucken nach. Wenn nicht, kaufe ich dann halt den anderen Torhüter weg. Nein. Das war ein Witz, aber nein. Arkowski wird noch in der nächsten Saison leider noch nicht soweit sein. Zumindest werde ich ihn erstmal mit in die Vorbereitung mit reinschmeißen, aber ansonsten wird das nicht soweit sein. Mein Plan wird erstmal auch sein, dann, so wie ich es mir jetzt im Moment vorstelle, Lars Unnerstahl zu verleihen in der nächsten Saison. Hildebrand ist sowieso momentan für den Rest der Saison sicherlich, wenn da nichts Großes passiert, die Nummer 1. Und dann habe ich mir was überlegt. Hildebrand nächste Saison als Nummer 2, Unnerstahl und Rakowski verleihen. Hildebrand als Nummer 2, wie gesagt. Und dann habe ich da einen Torhüter gefunden, und zwar einen Herrn Arthur Moraes von Benfica Lissabon. 32 Jahre ist er schon alt, aber, ja gut, er ist noch nicht komplett gescoutet. Den werden wir auch gleich mal machen, spiele ich das Scouten. Ja, wenn er allgemein Scouting hat, dann können wir das gleich mal überschreiben hier. Ähm, ja. Und zwar ist er mir bei FIFA aufgefallen. Ich habe online mit Schalke gegen einen Typen mit Benfica gespielt, und da hat der Moraes da am Tor alles gehalten, was ging. Ich habe nicht ein Tor eigentlich geschossen gekriegt gegen den Typen. Der hat alles gehalten, was ging. Alles, zack, 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 alles daraus gefischt. Habe ich jetzt mal geguckt, wer das ist. Arthur Moraes, heißt der. Haben wir gesehen. Hat bei FIFA eine Stärke von 81. Habe ich mir angeguckt, ein Marktwert insgesamt von 6 Millionen, also in Wirklichkeit. Hier auf FIFA ist es ein bisschen, äh, auf FIFA sei schon, auf FM ist es, bei FM ist es schon ein bisschen gedämpft. Wir werden den Scouten. Er ist zwar schon 32, aber, denke ich mal, von den Fähigkeiten her noch ein bisschen besser als Hildebrandt. Und den können wir auf jeden Fall für die nächste Saison auf jeden Fall einplanen. Als solide Nummer 1 hinten drin, erfahrene Nummer 1. Hat in der Europa League sieben Spiele diese Saison gemacht. Also, was die letzten Spiele angeht, können wir hier leider nicht verfolgen. Aber er hat schon sehr viele Spiele auf dem Buckel, in, vor allem in Portugal mit Lissabon und Sporting Braga. Erfahrungen gesammelt, auch in der italienischen Liga mit AS Rom. Zwar nicht ganz große Erfahrungen, aber schon einige. Jedenfalls ist das kein so schlechter. Also, wir werden erst mal scouten, dann werden wir sehen, was da kommt. Wenn nicht, suchen wir uns noch. Also, ich werde auf jeden Fall noch einen guten Torhüter suchen für die nächste Saison. Ach, Herr Lars-Unnerstahl, wie gesagt, soll verliehen werden dann. Und er soll sich dann in der überübernächsten Saison oder so, Unnerstahl und Rakowski um die Nummer 1 streiten. So plane ich das. Hildebrand wird dann nächste Saison als Nummer 2 noch so ein Backup geben. Und dann wird er schon werden. Hildebrand Montalier sowieso sehr gut in Form mit Stärke 76. Das ist schon eine gute Sache. Was hier die Fitness von einigen Leuten angeht, das finde ich echt ein bisschen traurig. Das ist echt ein bisschen traurig. Oh, hier, Martip. Na gut, er spielt jetzt hier kaum, aber trotzdem. Ja, was wir mit dem Martip anfangen werden, das wird auch noch eine Sache für sich sein. Ich finde ja, man könnte den ja gut verkaufen. Also, wie gesagt, ich persönlich halte da eh nicht viel von ihm. Und dann kann man lieber die 8 Millionen da einnehmen. Na gut, ist noch alles Zukunftsmusik. Die nächste Saison ist noch weit voraus. Wir müssen jetzt mal diese hier rumkriegen und uns für die Champions League qualifizieren. Ja, müssen wir mal schauen, wie es weiter geht. Jetzt haben wir erstmal Planen wie folgt. Und heute noch gegen Wolfsburg, das Textmodospiel. Und dann kommen drei 3D-Spiele in Folge mit Atletico, Borussia Dortmund und nochmal Atletico im Europa-League-Achtelfinale. Also, das sind wirklich zwei Wochen, die es wirklich in sich haben hier für unseren S04. Erstmal das wichtige Achtelfinale gegen Atletico Madrid. Und dann noch das Ruhr-Derby gegen Borussia Dortmund gegen den Tabellenzweiten. In dem wir mal ein bisschen in der Meisterschaft ein bisschen was wir sauber holen wollen, natürlich. Gut, machen wir mal weiter hier. Im Wochenverlauf Training müssen wir mal einstellen. Ich glaube, wir würden mal sagen, wir trainieren mal ein bisschen die Fitness leicht. Wo haben wir das Fitness-Mittel, wenn wir mal ein bisschen trainieren hier. Dann haben wir die mal wieder ein bisschen raus, aus sich rauskommen hier. Auch nehmen wir ein bisschen rauf noch was. Äh, und dann hier Trainingsumfang kommen wir mal nach. Was die, ja genau, das ist schon alles richtig eingestellt eigentlich. Von dem Fitness her so. Gut. Die werden schon nicht groß müde werden, die Sachen, wenn da ein bisschen Fitness-Bias die Woche vor uns springen in Wolfsburg. Das können wir ruhig mal ein bisschen machen, weil wir haben ja englische Wochen vor uns. Wenn die Fitness da nicht so gut drauf ist, dann ist es natürlich auch nicht so schön. So, Trainingsziel erreicht. Colasinac, schön, Gretche. So, ein 14-Jähriger, Walter Winkler. Das ist nicht so doll das Talent, aber wir nehmen ihn mal auf. Sonst würden wir ihn dann nicht anbieten hier, ne. Gut, ansonsten können wir uns mal die anderen Live-Spiele nochmal angucken. Escudero hat da sicher nicht noch kein Spiel gemacht, ne. Ne, auch nicht, klar. Wird leider zu uns zurückkommen, oder? Das ist ja das Schlimme. Hier hat man Steve Price. Acht Spiele bei Basel gemacht bislang. Hat schon einen Marktwert von 2,8 Millionen. Also, ich sage, wir verkaufen da den Martip eher nächste Saison und planen hier mit Steve Price. Also, das ist ja echt ein Hammer-Typ. Hoogland. Mhm, von Stuttgart. Ja, spielt eine solide Saison bislang. Anan, na gut, den müssen wir sowieso so oder so loswerden. Klingenburg. 20 Spiele in der dritten Liga, das ist auch gut. Hat auch schon ein paar Vorlagen gemacht. Ja, drei Vorlagen. Reni, Klingenburg. Leon Goretzka, gut, der ist sowieso klar. Also, schade, das ist ja nicht so gut in Form, wahrscheinlich. Ja, eine niedrige Form hat er da. Das hat er in dieser Saison gemacht. Vier Tore, vier Vorlagen schon für Bochum. Überragend. Hurado. Auch nicht wirklich doll. Mhm, 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 mhm. Hauptsache, die nutzt auch die Kaufoption da für 7 Millionen. Obasi, ja, sonst auch mal ruhig die Kaufoption nutzen. Hat auch schon 7... Ach, ne, hier, bei denen hat er erst... Doch, 6 Spiele hat er schon gemacht bei Carl Glerio. Mal schauen, ob sie die Kaufoption da ziehen. Und Philipp Hofmann. Ja, auf 19 Spiele, vier Tore für Paderborn. Ein Pucki, jedenfalls 5 Tore schon, 19 Spielen. Ja, Rakowski, das ist richtig schade, dass ich da nicht darauf geachtet habe, dass die ja einen guten Wiedwalter haben. Gut, schauen wir mal weiter. Da haben wir nächste Pokalrunde. Schauen wir mal nach, wie das Viertelfinale gelaufen ist. Gladbach gegen Bremen, 0-1. Leverkusen haut ordnungsgemäß zu Hause. FSB Frankfurt mit 5 zu 1 vom Feld. 60 gegen Fürth. 1 zu 4. Auch das, ja, nicht wirklich ordnungsgemäß. Aber schon überraschend. Und hier ist die nächste Überraschung. Hansa Rostock haut auch Hoffenheim raus. Sie mussten aber... Er diesen Jahr dann auch brachte sie in der 14. Minute in Führung. Gleich in der 15. 10. Glicht Ehrenderdjog aus für Hoffenheim. Und Matze Holz, unser Holzer. Schade, dass er nicht mehr bleibt bei Hansa jetzt. Der macht das 2-1 in der 51. Und vor 28.000 Zuschauern brachte Hansa das echt über die Zeit. Hammer. Geil, Hansa Rostock. Woo! Schauen wir mal nach, wie das Halbfinale ist. Ist schon ausgelost. Nee. Das ist ja mal Hammer, Hansa Rostock. So. Spieler des Monats. Klaasdian Hunte da. Na, Glückwunsch. Den können wir gleich gratulieren dafür. Würde ich sagen. Schwab vielleicht jetzt im Vertrag bei Leverkusen. Ah, okay. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, dann können wir ihn ja aus dem Blickfeld rausnehmen. Dann bringt er uns nichts mehr. Training Ziel erreicht für Uchida. Scouting abgeschlossen in Wolfsburg. Gut. Wo haben wir... Steht nichts dran von Hunte La. Ah, wir gucken mal rein hier. Da, Hunte La. Glückwunsch in der Wahl zum Spiel des Monats. Genau. Passt doch mal. Krieg er als Skopadopoulos. Hm, hm, hm. Körperlich muss noch ein bisschen stärker werden. Zock mir in den Schultern. Ach, Mensch. Büttner. So, hat gut trainiert. Ich glaube, nächstes Mal gucke ich wirklich nach, ob der was Robustheit und sowas braucht. Büttner gut trainiert. So, Julian Draxler. Hm, ist gut in Form eigentlich auch. Jones. Das haben wir hier halt gut trainiert. Der Jude Jermaine. Ibrahim Affelei. Kommt dann auch wieder ein bisschen besser in Form? Ja, doch. Er kommt wieder ein bisschen besser in Form. Seine Moral ist bloß nicht so gut. Hm. Oder sagen wir ihm, dass er mal zwei Wochen in der Heimat fahren soll, dass es vielleicht besser ist für ihn. Na, komm. Nehnt das ab. Schauen Sie, das geht gegenüber den anderen Spielen einfach nicht. Jawohl. Na, dann möchte er sich so suchen. Das ist auch gut. Da haben wir ihm das Angebot gemacht. Marika. Haben wir nicht reden. Höwedes. Seine Mannschaftsführung ist klasse. Freut Sie darüber. Wunderbar. Roman Neustädter. Haben wir nicht. Hildebrandt. Super letztes Spiel. Hat er gut gehalten. Das stimmt schon. Timo Hildebrandt. So, dann geht es gleich los gegen die Wölfe. In der Volkswagen Arena. Natürlich. Das ist ein bisschen schade, dass die Schrift so weiß ist. Das wäre echt besser passen. So. Spitzenspiel aber heute auf jeden Fall. Dortmund gegen Hannover. Dann noch Leverkusen gegen Stuttgart. Da müssen wir auch ein bisschen auf die Stuttgarter hoffen. Und bei Bayern, ja, da müssen wir tatsächlich mal auf die Hoffmann ein bisschen hoffen. Das ist immer ein Ding. Schauen wir mal rein. In der Fitness haben sie sich wieder einiges verbessert. Sogar vor allem hier die beiden Akteure. Super. Das passt ja. Frische Garix. Was ist mit Georgie los? Georgie, Garix. Na, nu. Ushida ist da doch ein bisschen besser drauf momentan. Aber ich will die Elf nicht so doll verändern zur Zeit. Schauen wir mal in die Taktik rein gegen Wolfsburg. Ja, den Einsatz erhöhen wir dann mal ein bisschen. Auf 65%. Und dann speichern wir uns das auch mal wieder ab. Ab. Ja. So dass wir das nicht immer wieder erhöhen müssen. Weil der war in der letzten Zeit ein bisschen niedriger Einsatz. So, Wolski in den Kader. Aber allgemein irgendwie Kaderverschiebungen. Clemens. Nee. Die Affelei bleibt auch erst mal wieder drin. Da kommt der wieder langsam. Ja, Ushida. Ja, der macht langsam Garix wie ein bisschen Konkurrenz. Ist auch gut so. Mareka oder Wolfswinkel ist die Frage. Ich lasse wieder mal Riki ran. Denn er hat letzte Woche das Tor mit eingeleitet gegen Düsseldorf. Scouting abgeschlossen für Morage. Jawohl. Stärke 78. Also der ist schon nicht schlecht, der Typ. Ich würde sagen, den würden wir uns mal ins Blickfeld nehmen. Und denn, was können wir da noch mitmachen? Leihangebot, Berater, Auftrag Berater, irgendwas war da immer noch. Nee. Okay, der bleibt auf jeden Fall so im Blickfeld. So, Preußen Münster Interesse. Auch schön. Aber wir werden jetzt erst mal das Spiel gegen die Wölfe machen. So, was macht er hier? Neuaufgabe zuweisen. Allgemeines Scouting. Zack. Macht er das wieder. Dann können wir mal angucken, was noch so interessant es hier nachher gibt. Können wir uns danach... Nee, hier nachher ist ja auch nicht mehr viel Zeit. Aber doch, wir müssen ran bis Atletico noch. Also das ist wieder etwas längere Folge heute. Ab geht's, also gegen die Wölfe im Tex-Modus und ab. So, was sagen wir unserem Team? Ja. Heute einfach mal, gebt euer Bestes. Nichts groß aufs Spiel setzen, würde ich mal sagen. Ganz locker nehmen die Sache. Ja, wir werden Tore sehen. Hoffentlich nur auf unserer Seite natürlich. Also in der Seite der Wolfsburger natürlich im Tor von Wolfsburg. So, 8 Minuten, erste Chance für Schalke. Georgi Garix flankt von rechts, weit eine Schraffung zu Huntelaar. Dessen volle Schuss aber weit über das Tor von Bedei und fliegt der erste Wagenschoß mal für die Wölfe. Höroflank auf die Beinschimmer, Wolfswinkel und Huntelaar. Jetzt mal die Wölfe mit der ersten Möglichkeit. Olejc jetzt nicht auf dem rechten Flügel. Durch, aber beim Pass in die Mitte steht Dost im Abseits. Jetzt ist Papadopoulos. Grätscht am Ball vorbei und Perisic flankt mit Übersicht nach innen vor Stor. Dost naht heran und kommt zum Kopfball. Nächste Chance für Wolfsburg. Hasebel, passt auf Perisic, der von der seiten Seite zu Dost weiterleitet. Hildebrandt, doch das Tor zählt nicht, denn Bastos stand zuvor im Abseits. Also, nach einer guten halben Stunde jetzt mal wieder die Schalker. Nach einem hohen Ball von Garix kann hier zur Ecke klären. Bastos tritt die, aber Benayo fagelt da nicht lange und geht entschlossen zum Ball, so wie es eigentlich für einen Torhüter sein muss. Jetzt wieder die Wölfe auf Perisic holt den Eckball für sie raus. Diego tritt zu kurz und ist damit kein Problem, dass Garix klären kann. Alexov kostet in der weiteren Ecke und die nächste kommt. Wieder von Diego Höwedes geht entschlossen dem Ball entgegen und erreicht diesen vor Dost und kann per Flughoffball klären. Auch wieder schick gemacht von unserem Kapitän Benni Höwedes. Jetzt die nächste Chance für Schalke. Frei nehmen wir hier auch eine Ecke. Kier kann Huntela geradeaus mit Kopfkolle behindern, sodass dieser den Ball nicht richtig platzieren kann. Also hin und her geht es jetzt hier auf jeden Fall. Aber er steht noch 0 zu 0. 6,30 Minuten rum, jetzt gleich Halbzeit. Wir sagen nochmal Konzentration für unsere Mannschaft. Und nochmal ein Angriff von dem Strafwunder Wolfsburger. Leitet Bastos stark auf Huntela weiter. Auch der Holländer ist rechts durch. Bleibt mit seiner flachen Eingabe. Wieder rein Philippe hängen. Die Ecke von DOS. Einen Tick zu kurz und kein Problem für Kier. Oh, dieses Spiel, das lässt mich hier wieder am laufenden Band sappeln, sappeln, sappeln. Und Garex heute wieder mit einer 1. Und das hat sich hier gelohnt, den weiterhin aufzustellen. Halbzeitansprache. Ja, lasst uns so weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Spielergespräche für Garex klar. Eine Note 1. Da gibt es auch ein klares Lob von uns. Auch Höwedes sieht und kriegt ein Lob. Huntela und Wolfswinkel motivieren wir mal. Genauso wie Julian Draxler. Und Garex noch eine Massage, dass er wieder fit ist. Genauso wie Böttner. Auf links unseren Dauerracker da. Und Jefferson. Fahr fahren. Ab geht's in Hälfte 2. Alle warmlaufen lassen. Und ja, er schüttelt jetzt plötzlich aus einem Mann. Öfter mal im FN. Und so, dass er das Gelb in Grumpf haus spielt. Er springt Kier in den Rücken. Und wird dafür verwahren. Naja gut, ob man dafür gleich eine gelbe Karte geben muss. So, aber jetzt gibt es noch eine Chance vor uns. Schlechte Zweikampfhörner von Hasebe. Der im eigenen 16 den Ballanfall von Fon verliert. Der nächste Schalke 04 kann damit aber nichts anstellen. Penalio muss das haben und seine Schüsse nur aufnehmen. Also ja, jetzt vielleicht immer noch nächste Chance. Schneller Angriff von Schalke. Huntela zunächst vorbei an Philippe. Versuch in der Mitte lauernden Van Wolfswinkels hinsetzen. Das liegt aber völlig. Naja, jetzt nochmal bei Schalke. Und da fällt jetzt das 1-0. Es hat sich jetzt angedeutet nach der Halbzeit. Ricky Van Wolfswinkel, sein dritter Bundesligatreffer. Da knallt es in Wolfsburg. Der VfL ist in dieser Szene viel zu unanschlossen. Verfahren wird von Kia nicht richtig angegriffen und kommt zur Flanke. Philippe steht auch viel zu weit weg von Wolfswinkel und lässt sich die Chance nicht entgehen. Und damit steht 1-0 für uns. Und nach der Halbzeit ist es auch verdient für uns. So, jetzt können wir schon mal erste Schonmaßnahmen einleiten. Wie zum Beispiel Papadopoulos für ihn wird ein Martip reinkommen. Hoffentlich bereue ich das jetzt nicht mit Martip. Jetzt Ecke von Schalke. Philippe kann von Wolfswinkel geradeaus mit Kopfball hindern. Also auch wieder so eine Szene hätte gefährlich werden können. So, Martip rein für Papadopoulos. Eigentlich nur eine Schonungsmaßnahme, aber ich hoffe, dass das nicht bereuen werde. Nächste Chance. Kia schießt bei einem Abwehr. Wir suchen einen eigenen Mann an, der damit unfreiwillig für Van Wolfswinkel vorlegt. Fakna schaltet bitte schnell und klärt noch zur Ecke. Die Ecke kommt herein und nicht das 2-0. Van Wolfswinkel und Philippe stehen das Kopfball hoch, aber Philippe kann sie durchsetzen. Und Benaglio muss nicht eingreifen. Spannende Partie anscheinend. Helmes rein für Ibiza Ulic. Helmes wieder fährt nach Kreuzmannriss. Kopf für die rechte Außenbahn. Dort jetzt unsere Entscheidung. Schäfer mit einer Grenzwertaktion gegen Van Wolfswinkel. Sie regeln sich natürlich vor euch dann die gelbe Karte. Und da kriegt er sie auch. Jawohl. Schäfer sieht nach einer Grenzwertaktion gegen Van Wolfswinkel gelb. Hansa-Fan hatte diese Karte in äußerst unsportlicher Weise gefordert. Hoch kommt der Ball auf den Elferpunkt, aber Hildebrand klebt da nicht wie man in Anrufe liegen, sondern geht in Erschlossen dazwischen. Sehr schön. So, jetzt können wir gleich mal die letzten Wechsel auch durchführen. Und zwar wird Klaas den Huntela rausgehen. Für ihn wird Roman Neustadt da reinkommen. Damit stellen wir um auf unser 4-2-3-1-System. Van Wolfswinkel natürlich aber im Sturm. Auch ein Huntelaar muss geschont werden hier heute. Und ja, wir versuchen das hier überholen wir die Zeit zu bringen natürlich, das 1-0. Glanzparade jetzt von Diego Benaglio. Mülligkeit für Schalke. Und jetzt zieht er die Kugel im Nachfassen sicher. Das Pressing nehmen wir ein bisschen runter. Und der Hasani kommt für Dost. Und den Einsatz erhöhen wir noch mal auf. Ja, 21 Prozent. Jetzt ist der Abstand jetzt in Wolfsburg. Hildebrand schlägt weit ab. Draxler schüttelt und lauft durch der Hasebe ab. Aber eine kleine technische Unsauberkeit bei der Balkonrolle bringt. Hasebe wieder ran und er grätscht ihm den Ball kurz in der letzten Sekunde vom, ja, ab quasi. So, wir werden jetzt noch mal wechseln. Hier damit warten wir als taktischer Wechsel. Jetzt nochmal der Schalke und nicht das 2-0. Mensch, langsame Zeit. Verfahren wird links stark geschickt. Will am Philippe vorbeigehen und bleibt zunächst hängen. Der wendige Peruana setzt zum Volkreich nach. Holt sich den Ball wieder. Spielflache in die Mitte. Wolfswinkel lauert. Schäfer klärt zur Ecke. Ecke kommt vom Verfahren. Präzise auf Wolfswinkel. Der Sigi Philippe Durchsetzung gut. Curved ab in Ayo. Packt da sicher zu. Und jetzt gibt es den letzten Wechsel bei uns auch. Es wird... Ja, Ibrahim Afelay wird reinkommen für Michel Bastos. Kurzansatz nochmal für Ibi. Schauen wir auf die Tabelle. Ja, es bringt uns nicht wirklich weiter ran, weil Leverkusen gewinnt und die Bayern. Aber, ja gut, sie kommen auf einen Punkt dran auf jeden Fall. Die Bayern scheinen zu verlieren. So, nochmal Konzentration für alle hier in der Nachspielzeit. Wird das der Sieg noch wieder? Jawohl. 1 zu 0 Sieg gegen VW Wolfsburg. Wir sehen uns gleich in der Nachbetrachtung. Jawohl. 1 zu 0 Sieg in Wolfsburg in der V2 Arena. Einer bester Mann heute, Georgi Garix. War doch richtig in Spielen zu lassen. Ich hätte fast auf Ushida gesetzt zu Beginn des Spiels. Aber am Ende doch. Garix mit einer sehr guten Leistung. Zwei Torfeln hat er auch schon gebracht. Ich glaube nicht bei uns. Ansonsten war es eigentlich eine recht gute Partie von uns. Erster Halbzeit war sehr ausgeglichen. Zweiter Halbzeit haben wir klar dominierend. Hätten eigentlich noch das 2-0 oder 3-0 nachlegen müssen. Wir haben es aber knapp durchgesetzt. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, liebe Leute. Und das haben wir heute auch getan. Drax und Souverän von Wolfswinkel. Der Torschütze. Heute sein drittes Tor im siebten Spiel für unseren FC Schalke 04. Auch stark. So, Statistiken schauen wir rein. Ja, 4000 Schalker waren wieder mitgereist. Ballbesitz 61%. Auch das war klar für uns. Schüsse 3-1. Schüsse aufs Tor 2-0. Chancen 8-1. Also es war ein verdienter Sieg. Hätte auch höher ausfallen können. Hätte Wolfswinkel nicht beschweren müssen. Aber die erste Halbzeit war einfach schwach. Zweite Halbzeit haben wir es denn souverän verteidigt. Und Dortmund holt sich im Spitzenspiel die Tabellenführung zurück gegen Hannover. Mit 1-0 gewinnen die nämlich. Und damit sind sie punktgleich, aber Tabellenführer. Und die Bayern, ja, die kommen doch ran. Die gewinnen nämlich 3-2 in Hoffenheim. Auch Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Stuttgart. Das ist alles nicht so gut. Aber Frankfurt hat nur einen Punkt geholt. Schauen wir mal nach. Eintracht Frankfurt. 0-0 gegen Gladbach nur. Damit sind wir da. Für immer 5 Punkte vor. Aber auch 5 Punkte. Es ist ein bisschen kritisch gerade. Wir stehen da auf Platz 5. Wie angewurzelt. Ich war aber auch nicht konstant genug gewinnen. Hier haben wir es ja. Immer nur die letzten zwei Heimspiele haben wir nicht gewonnen. Es ist ein bisschen, ja, Maukos zur Zeit. Aber wir haben erstmal wieder wichtige Punkte eingefahren. Müssen noch gegen Leverkusen ran, auf jeden Fall. Da können wir wieder rankommen. Aber wir müssen auch hoffen, dass Leverkusen noch wieder strauchelt. Logischerweise. Ansonsten. Ja gut, Abstand können wir erstmal nicht mehr in den Klasse. Das haben wir. Augsburg bleibt unten hängen. 15-Lage in Folge wohl für sie. 14 Punkte gerade mal. Werder Bremen hat sich einen Befreiungsschlag geleistet. Und zwar 2-1 gegen Augsburg gewonnen. Aber hier ist ja wirklich Augsburg vollkommen an der Grenze. Gladbach. Uh. Dass Frankfurt da noch einen Punkt hat, das ist gut. Dass Gladbach da den Punkt abgeknöpft hat. Für Gladbach war es natürlich wichtig, da zu gewinnen. Nürnberg wartet weiterhin. Dort und drinnen mal wieder auf den Sieg. Okay, schauen wir auf die Stimmen des Spieltags. Struf des Tages kommt von Jürgen Klopp. Wie auch immer. Was unsere Fans heute abgeliefert haben, macht Mut. Und auch meine Mannschaft hat sich ein Kompliment verdient. Das ist ja ein Spiel des Tages. Okay, aber auch hier. Unser Hansa-Fan hat mal wieder ein langes Zitat abgegeben. Das war mit Sicherheit eines der schlechtesten Spiele. Beide Mannschaften mussten unbedingt gewinnen. Und die Verkrampfung war in vier Situationen zu spüren. Vor allem in der ersten Halbzeit. Nach unserer Führung haben wir es versäumt, entschlossener nach vorne zu spielen. Und noch das ein oder andere Tor zu erzielen. Insgesamt wollten wir hier aber gewinnen und haben das geschafft. Nur das zählt. Ja gut, so schlecht war das Spiel nicht. Also ich finde, wir haben in der zweiten Hälfte ein überragendes Spiel abgeliefert. Nein, überragend nicht. Aber ein vernünftiges Spiel. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, waren die vergebenen Torchancen, die nicht reingingen. Garex in der Elf des Tages heute war. Sehr schön. Fahne ebenfalls. Die 80 knackt aber noch nicht. Ansonsten hier Lukas Piazzon. Hat er schon ein paar Tore gemacht oder was? Vier Spiele, zwei Tore für Freiburg. So, Teamleistung. Die war heute nämlich ganz oben. Also von daher kann man nicht sagen, dass wir ein schlechtes Spiel hatten. Wir hatten heute die beste Teamleistung von allen Mannschaften. Was da ausschickt. Wie sieht es in der Saisonszeit aus? Platz vier, ja. Wir sind besser als die Tabellen, was auch sagt. So, Huntelaar und Kiesling weiterhin gleich auf. Dann wollen wir mal weiterspielen, dass wir hier mal bald das Europa League Achtelfinale da haben. Und Blaschikovs entscheidet das Top-Duell gegen Hannover. So, das könnte auch mal die sportliche Brisanz wieder steigen, aber tut es nicht. So, das Zweite verliert. 2-1 gegen Lotte. Das ist natürlich auch ärgerlich. Guck auf den Spielbericht. Wie haben sie sich so verkauft? Da Neubert hat das Tor gemacht. Maxi Meier mit einer 4. Kolasinac mit einer 2,5 wieder. Der kommt langsam wieder ran in die erste Mannschaft. Das ist gut. Mannschaft der Woche. Haben wir gesehen. Kaya ist in der Vertragssituation unzufrieden. Müllregal kann gehen. Der Typ, was haben wir? Wir sind voll schnell aufgestellt. Ah ja, da fehlt uns ja wieder zwei wichtige Stammkräfte. Für von Woswinkel wird Mareka schon mal reinkommen. Das setzt sich jetzt schon mal fest. Und Affelei lassen wir auch mal wieder ran. Dafür kommen Höger und Schalai in den Kader. Woltzki lassen wir heute mal draußen. In diesem Spiel, in diesem wichtigen Spiel natürlich. Müssen wir mal schauen. Hildebrand bleibt natürlich im Tor. Das ist klar. Auch Garix. Ja, ansonsten ist es alles so in Ordnung. Dann könnten wir ja schon mal einstellen, dass wir das Dortmund-Spiel noch verlegen müssen. Oh, das wird für mich echt eine lange Folge. Meine Güte, weil ich wieder so viel am Labern bin. Natürlich auch. Letzte Vertragsverlängerung. Was haben wir da alles? Rolfes hat auch verlängert. Rolf Garcia. Abidal hat verlängert bei Barcelona. Ah, interessant. So, genau. Wir müssen das Dortmund-Spiel nur mal einen Tag verschieben, dass wir sonntags wieder spielen. Denn das geht ja natürlich nicht, dass wir hier Doppelbelastung haben. Also richtig harte Doppelbelastung. Das haben wir selber auch gehabt. Letzte Woche an Herntag haben wir gespielt. Im Pokalhalbfinale. Und dann Samstag gleich wieder gegen Tabellenführer der Liga. Also da lief unsere Mannschaft auf den Zahnfleisch. Training erst mal hier. Erholung. Und, na gut, nicht Erholung total, sondern Erholung leicht. Und im Kalender müssen wir noch einstellen. Match verlegen. Zack. Genauso wie das Nürnberger Spiel. Verlegen. Zack. So. Und dann wäre hier erst wieder Europa League Viertelfinale. Und da schon Halbfinale. Das geht dann raksfatz. Gut. Dann weiter, dass wir uns da gleich mal rankämpfen. Bin gespannt, was das wird. Gegen Athletic und Madrid. Das ist natürlich ganz hart. Gruppenphase haben sie souverän dominiert, wie es auch sieht. 2-1 gewonnen. 2-0 gewonnen. 1-0 gewonnen. 5-1 gewonnen. 1-0. Die haben nur alles gewonnen in der Gruppenphase. Und gegen Anderlecht haben sie 1-0 und 4-0 gewonnen. Das wird hart. Wir haben 2-mal 3-1 gewonnen. Und sind aus der Champions League gekommen. Und wir spielen im Estadio Vicente Calderon. Mal sehen, ob das Original drauf ist. Bin ich mal gespannt. Und es ist auf jeden Fall das Top-Spiel hier. Schalke Atletico. Anderleon gegen Stuttgart und Leverkusen gegen Heerenfehn. Gut. Ach du Scheiße. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt haben wir noch eine Verletztenliste hier gekriegt. Oh oh. Neuschelter fällt aus. Eine Knieprellung. Fällt erstmal eine Woche aus. Und Schalai mit einem Haar ist. Fällt zwei Wochen aus. Hat er nicht schon mal so etwas gehabt, was ähnliches? Oh man, oh man, oh man. Gut. Da kommt Wolski natürlich erstmal in den Kader. Und dann brauchen wir noch einen Stürmer natürlich aus der zweiten Mannschaft. Wen holen wir uns da raus? Neubart oder Max? Wer ist denn da der bessere Torschütze hier in der zweiten Mannschaft? Der hat zehn Tore gemacht in 96 Spielen. Und der hat neun Tore gemacht. Okay, dann nehmen wir Philipp Max mit. In der ersten Mannschaft verschieben fürs nächste Spiel. Philipp Max kommt in den Kader. Hat gleich drei Stärkepunkte dazubekommen. Ist nämlich mal in Topform. So. Alles klar, Leute. Das war's für heute. Nächstes Mal also mit dem Spiegel Atletico. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.